Albert Einstein hat gesagt, der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran und alle anderen bezahlen ihn. So ja, dieses System macht dich nicht über Nacht reich, es bedarf schon Arbeit und Energie. Aber wenn du dieses System für dich anwendest, dann wirst du auch automatisch vermögend werden und dein Vermögen anhäufen.